Der 38-Jährige könnte zum Chefcoach der aktuellen Europameister Javgenia Tarasova und Wladimir Moroso avancieren, nachdem bisherige Haupttrainerin der beiden Moskauer, Nina Moser, eine mindestens sechsmonatige Auszeit angekündigt hat. Punkt, 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 Zolkovi gehört bereits seit knapp vier Jahren zum Betreuerteam von Tarasova, Moroso. Als aktiver Läufer holte er an der Seite der Pyeongchang Olympiasiegerin Aljona Savchenko zwischen 2008 und 2014 fünfmal WM-Gold und gewann zwei olympische Bronze-Medaillen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017